Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Ladder Season & Push. Und zwar werden wir versuchen so hoch wie möglich zu pushen. Wir sind gerade auf Platz 1032 der Welt, was grundsätzlich nicht schlecht ist, aber wir wollen viel, viel höher. Mindestens in die Top 200, das ist erstmal das erste Ziel und dann wollen wir am besten natürlich in die Top 25 oder Top 50. Und mal gucken, ob das funktioniert. Wir werden heute mit verschiedenen Decks pushen. Und zwar Deck Nummer 1, dieses Royal Giant Deck mit der Kurbelhütte. Deck Nummer 2, dieses Hawk Deck mit Riesenskeletten. Deck Nummer 3, Golem Kurbelhütte. Deck Nummer 4, Royal Hawks mit Barbaren. Und Deck Nummer 5, Sparky Rage ist absolut krank, Meta ist aktuell. Keine Ahnung warum, aber es ist saustark aktuell. Und mit diesen Decks werden wir abwechslend pushen und versuchen möglichst hochzukommen. Und mal gucken, ob das Ganze klappt. Wir werden unser Bestes geben und dann werde ich euch die Highlights zusammenschneiden. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Richard und Anabahn haben gewonnen quasi. Einmal hat Richard gesweept 3-0 und dann hat Anabahn noch das letzte Set geholt. Es gab 3 Sweeps. Richard, Sam, Anabahn. Alter, es wäre sau nice, würden wir gegen X-Bogen spielen. What? Hat der gerade gezuckt? Der Bogenschützer hat so richtig diesen Zuck-Hit gerade gemacht. Das ist einfach Free Damage für uns. Können wir auch ein Erdbeam draufhauen und dann den Tower loggen. Und dann spielen wir die Hütte dahin. Sollte eigentlich auf die andere Seite, aber ist auch egal. Wird eh nicht relevanten Damage machen, denke ich mal. Wer spielt den Feuerball drauf? Interessant. Jetzt bringen wir den Royal Giant. Spielen die Beds, damit der Tesla nicht hier gut kommen kann. Sehr genau. Jetzt spielen wir noch das Lock. Wollte ich eigentlich nicht ganz so machen, aber egal. Weil, wenn wir jetzt Glück haben, stirbt eine Bogenschütze durch den Erdbeben. Aber ne, stirbt nicht weg. Dadurch kriegen wir nicht ganz so viel Damage raus, wie ich wollte. Hätten wir gerade mit dem Erdbeben einen Bogenschütz-Kinn, könnten wir noch einen Hit-Hit bekommen. Dann hätten wir echt richtig un-Damage gehabt. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ihr nicht gleich ein X bekommt. Aber wir haben zur Not Guards und haben dann den Royal Giant. Deswegen können wir es auch verteidigen. Und das war halt genau der Damage, den wir brauchen. Weil ab jetzt können wir theoretisch später dann einfach so Royal Giant Damage und Feuerball Damage zeigen, so gefühlt. Einfach noch Beds drauf und dann ist das auch schon wieder verteidigt. Der Royal Giant will sogar mit recht viel Leben überleben. Das heißt, wir können das noch supporten. Das werden wir nämlich auch. Wenn der Cracker schießt, dann haben wir richtig... Oh, schade. Der Cracker wurde weggelockt, deswegen war das an der Stelle irrelevant. Wir bringen jetzt auf jeden Fall die Hütte hier. Hütte überlebt. Leider überlebt er nicht. Ärgerlich. Okay, den Erdbeben hätten wir viel besser treffen können. Ist halt unlucky, dass er den Tesla überhaupt spielt. Aber er wollte seinen X-Punkt beschützen, was ja grundsätzlich keine schlechte Idee ist. Aber haben wir halt wie gesagt Pech gehabt. Wir bringen den Cracker drauf. Wir bringen noch Beds dazu. Und dann die nächste Hütte. Er aktiviert den King-Tor, was komplett irrelevant ist. Okay, aktiviert ihn nicht, weil er gefällt hat. Lock drauf. Erdbeben drauf. Ich weiß nicht, ob der Erdbeben gut ist, aber wir kriegen dadurch den Erdbeben halt die Bogies gekillt. Und hätte er dann nicht gelockt, hätten wir einen Hit bekommen. Jetzt werden wir auf jeden Fall die Hütte andere Lane spielen. Okay, er prediktet irgendwie, dass wir Royal Giant spielen oder so. Keine Ahnung, das war weird von dem Predikt von ihm. Beds, Lock. Ich muss sagen, er spielt es nicht so gut. Es gibt Royal Giant Spiele, äh, Royal Giant wahrscheinlich. X-Punkt-Spieler, die haben das schon viel besser gespielt als er. Zumindest vom Gefühl her. Er muss Feuer bei Defensive spielen. Das ist auf jeden Fall nicht das, was er will. Das sollte keine Hütte sein. Das sollte eigentlich gerade ein, ähm, eine Hütte hier sein. Ich hab's mit mir verklickt. Hätte er jetzt, hätte er jetzt X-Bogen da gespielt, hätte ich so ein Problem gehabt. Aber ich glaube, er dachte, ich hab mehr Nix hier. Vielleicht hab ich ihn damit auch gut gebetet. Vielleicht hat das gerade sogar perfekt, dass das so passiert ist aus Versehen. Wir spielen wieder die Beds hierher. Falls er jetzt den X-Bogen mittelbringend macht er nicht. Das ist halt so viel Damage auf der rechten Seite. Guck dir das an. Wir spielen wieder die Hütte. Wenn er jetzt den X-Bogen bringt, was er ziemlich sicher machen wird. Haben wir hier Guards, Erdbeben. Wir haben alles ready. Es ist einfach GG. Er weiß es auch. Er gibt auf GG. Haben wir gewonnen. Kann er nichts machen. Kann er wirklich rein überhaupt gar nichts machen. Das haben wir direkt gewonnen. Sehr schön. Was ist dein Ziel für den Abend? Mein Ziel wäre es so bis 1.30 Uhr auf 7.800 zu kommen. Wenn wir es schaffen. Warte, wir gucken mal, was ist die Top 200. Ja. Wenn wir es schaffen, bis 1.30 Uhr oder vielleicht 2 Uhr auf 7.800 zu kommen. Wir haben das K. gespielt. Leider 2-1 verloren. Anderban hat das letzte Set gewonnen. Erst hat Riccardo gesweept für Chivas. Dann hat Sam gesweept. Und dann hat Sam das One-Wir-Run gespielt, weil er gesweept hatte. Und hat dann leider 2-0 verloren im Moni-Wir-Run. Warum wechselst du in meinem Deck? Das liegt daran, dass ich mich aktuell nicht so auf 1 Deck gefokust habe. Und mit diesen Decks, mit allen Decks ganz gut bin. Und die halt alle auf einem recht guten Niveau spielen kann. Aber ich mich nicht so auf 1 fokussieren möchte. Und somit sehen die Leute auch nicht, wenn sie zum Beispiel auf mein Profil gucken. Wenn sie mich suchen auf CRP oder Leaderboard, whatever. Sehen die nicht, was für ein Deck ich spiele. Und dadurch produkten sie vielleicht ein falsches Deck oder so. Ich kann zudem im Stream auch nicht wirklich gesnipet werden. Weil die Leute nie genau wissen, was ich jetzt als nächstes spiele. Ja, das hat einfach verschiedene Vorteile. Und deswegen mache ich das. Und zudem bin ich auch mehr motiviert, wenn ich verschiedene Decks spiele. Weil es mir mehr Spaß macht. Ich weiß nicht, ob das jemand nachfragen kann. Aber ich hasse es immer nur, dasselbe Deck zu spielen. Wenn ich gerade nicht dieses eine perfekte Deck habe, wo ich genau weiß, das ist es gerade. Dann mag ich es echt gerne zu switchen. Ich kann bitte Deckcracker hinter den Dings bleiben. Ich weiß nicht, ob der Erdbeben richtig ist. Kann die Musketierin bitte in die Bombe reinlaufen? Uh, das war perfekt. Er hat halt Ballon. Und jetzt ist ein King-Thor aktiviert. Ich weiß nicht, ob das Matchup so nice ist. Wir müssen halt aufpassen, wir dürfen unsere Luft-Truppe nicht rausschmeißen. Er wird halt irgendwann mit Ballon reingehen. Es ist jetzt Time to Shine für ihn. Hätte schon gedacht, dass er jetzt reingeht. Oh, er fällt den Erdbeben, äh, den Bombe-Tower. So wichtig für uns. Das könnte so viel Damage scheinen. Es ist auch so viel Damage. Es ist so viel Damage, nur weil er gefällt hat. Er lockt das Ganze noch. Ich glaube, wir kriegen es dir für Gedäfte. Und jetzt wieder ein Hock. Jetzt einfach wieder ein Hock. Direkt der Nächste. Und dann wieder ein Erdbeben. Ja. Erdbeben rauf. Ich weiß nicht, ob wir Damage kriegen, aber vielleicht der EU ist. Vielleicht der EU ist ein Hit. Oder der Hock. Ne. Leider kein Damage bekommen. Hock. Sie war Fire Tracker. Schlechte Musketieren von ihm. Nächster Hock Rider. Oh, wenn der Minifaker hittet, er hat den Spawn-Tower schon wieder gefällt. Er hat den Bob-Tower schon wieder gefällt. Ich glaube, damit sollten wir das Game gewinnen. Stark. Sehr, sehr wichtiges Game. Haben wir gut gespielt. Der Gegner hat gefällt. Wir haben die Fails bestraft, ausgenutzt und ihn geroasted. Let's go. Und TK2 hat auch gespielt. Mit Twitch Prime ist hier frisch dabei. Vielen, vielen Dank für den Support. Kus geht raus. Und Niklas210200 hat auch gespielt. Auch frisch am Start. Vielen Dank für den Support. Kus geht raus. Vielen, vielen Dank. Wanko Bigsman. Der wird wahrscheinlich irgendwann in so der nächsten halben Stunde am Start kommen. Weil er ist gerade noch am Essen. Macht sich das gerade ready. Und wird danach dann Seasonend noch am Start sein. Und der wird ja auch morgen früh streamen. Da könnt ihr natürlich alle gerne am Start sein. Um 8 Uhr morgens. Da werde ich wahrscheinlich nicht am Start sein. Außer es läuft jetzt gleich richtig gut. Weil dort wird er noch Seasonend den besten Spielern der Welt und natürlich auch den Deutschen zugucken. Und mal gucken, wer da so dann in der Top-Meta verformen kann. Also ich sehe, ich weiß auf jeden Fall, dass Faust gerade ganz hoch ist. Faust ist auf jeden Fall gut dabei. Jetzt haben wir lassen den Hit durch. Und wir verraten mal noch nicht, dass wir Nado haben. Wir hätten den Nado eigentlich jetzt spielen können. Wäre wahrscheinlich auch schlau gewesen. Aber wir verraten es einfach mal noch nicht. So, dann machen wir das einfach mal so. Vielleicht denkt er dann, dass wir keine Nado haben. Wobei er es eigentlich wissen müsste. Ich bin halt gegen Hog Rider Banditen. Was hat er noch gespielt? Hog Rider Banditen. Wisst ihr, was er noch gespielt hat, Jungs? Ich weiß nicht mehr genau. EOS, stimmt. Da könnte es auch ein Mega-Ritter sein. Okay, ein Cracker. Royal Giant sicherlich nicht. Cobalt Gang. Dark Prince. Ich glaube, es ist Mega-Ritter. Ich glaube, for real, dass es Mega-Ritter ist. Das können wir halt Easy King zu aktivieren. Eigentlich hätte ich jetzt gerade in der Sitzung gerne den neuen Nado gehabt. Da wäre der neue Nado geiler gewesen. Und ich hätte die Spear-Grobs blocken sollen. Das war gerade 400 Damage oder so, die ich verfassiert habe, ohne dass ich sie kassieren hätten sollen, tun müssen. Das wird jetzt ein Väter-Push. Da geht andere Lane mit Mega-Ritter. Da können wir hier Easy Dark Prince benutzen. Das ist ein weird Champ. Will er das echt ignorieren? Das macht man eigentlich nicht. Vor allem nicht gegen den Dark Prince, hä? Okay. Jetzt müsste er ein Mega-Ritter so bringen, aber dann hat er kein Elixier, um den Golem aufzuhalten. Das ist nicht gut, was er da macht. Er muss noch ein E-Bus draufbringen, deswegen kann ich den Poison spielen. Hä? Das war ja sauscheiß gespielt. Jetzt würde er noch ein Rockweller hier bringen. Keine Ahnung, also weiß auch nicht, was der Tipp gemacht hat. Aber okay, den Sieg nehme ich mit. Damit haben wir 7-4. Und jetzt geht es weiter Richtung 7-8. Vielleicht schauen wir es ja wirklich, Alter. Wenn wir es wirklich schaffen sollten, dann... Das wäre krass. Alles Gute noch. Danke, 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 danke. Wir haben auch so viele Leute da. Gratuliert. Vielen, vielen Dank an alle, die hier nachträglich jetzt gratulieren. Ich bin 20 Jahre alt geworden. Du siehst doch aus wie 15. Ja, ich bin trotzdem 20 geworden. Ich lüge nicht. Sternzeichen Golem, stimmt, Alter. Shit, das wäre ein weird Flex gewesen. Nee, er hat 12. Ach, ihr seid so toxic. Ich liebe es, Mann. Aber ihr habt recht. Ich hätte sagen sollen, ich bin Sternzeichen Golem. Das wäre ein geiler Flex gewesen. Ganz gut, wie der Hunter gesuckt hat. Normalerweise... Normalerweise hätte der Turm jetzt 3.100 Leben oder so. Aber der Hunter hat einfach nicht gehittet. Deswegen haben wir so viel Schaden kassiert. Feier ich. Warum? Das war so schlecht von mir. Warum lasse ich die Banditin dashen, um dann die Royal Hawks zu spielen? Das hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Wir haben uns da trotzdem den Damage verteilt, aber das war gerade richtig dumm. Interessanter Päcker. Alter, holy shit, Junge. Vielen Dank für den Support. What the fuck geht denn jetzt hier ab? Alter Nikla, holy shit. Vielen, 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 vielen Dank. Das ist geisterkrank. Das ist geisterkrank. Wahrscheinlich predigt ihr, dass ich da die Babanen spiele, oder? Nö. Das war echt lucky, dass wir das verteidigt bekommen haben. Das könnte so ein guter Healgeist werden jetzt. Na, wobei, wenn er Päcker spielt, nicht unbedingt. Na doch, 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 doch. Dadurch hätte der Päcker zweimal denselben. Hä? Die Broken. Alter, vielen Dank. Ich glaube, ich haut mein Herz für Nikla in den Chat. Haut mein Herz in den Chat, wirklich. Wir müssen halt links nur ein bisschen verteidigen, weil ich genau weiß, dass er den Turm nie kriegen wird. Und somit sollten wir das Game jetzt eigentlich gewonnen haben. Jetzt hat der Healspurt, der komplett rein shuddert. Und wieder gewonnen. Alter, wir gewinnen gerade fast jedes Spiel. Feiler ich auf jeden Fall. Find ich nice. So, wir spielen gegen Nightlight, unterstrich. Äh, ich meine, wie nennt man das? Wie nennt man das nochmal, wenn die da oben sind? Nicht Anführungsstriche wahrscheinlich. Wie nennt man das nochmal? Jungs, ich brauche gerade komplett einen Brain-Lang. Wie nennt man das nochmal? Abostroph? TM? Oder wie nennt man das? Ist das gerade jemand? Ich bin gerade los. Komplett los, dicker. Trademark. Exponent. Trademark oder Exponent? Okay, okay. Kann der mal laut gehen, der dritte Problem? Oh ja, der hat fast den kompletten Sparky geschreddet. What the fuck? Oh mein Gott, der Heal-Geist, der Heal-Geist. Hittet er jetzt? Ne, hittet er nicht, schade. Hat er jetzt gehittet, wäre es krank gewesen. Dann hat es sich sogar gelohnt. Wahrscheinlich hat er zu spät. Wahrscheinlich war er zu spät. Und dann kommt noch 3 Blitz raus, schreibt. Bis dann Ehre, Mann. Vielen, vielen Dank. Und TastyMechHout2 aus, schreibt. Wann, was denkst du, wird der Golem, wie der Golem, warte, kurz. Boah, das ist close, Alter. Ich dachte, ich habe es verkackt. Was denkst du, wie der Golem nächstes Season wird? Und welche Golem-Decks werden? Meta, Grüße, Flo. Ähm, schwierige, schwierige Frage. Golem könnte stärker werden mit dem neuen Golem? Ja, könnte stärker werden. Kann aber auch sein, dass es nicht so wird. Wird sich zeigen. Ähm, und welche Decks, Golem-Decks, Meta wären auf jeden Fall die Nado-Varianten. Welche genau, weiß ich nicht. Aber die Nado-Varianten auf jeden Fall. Wenn es halt dazu kommen sollte. Wenn der Nado schlechter sein wird, dann wird Golem noch toter sein. Weil Nado eigentlich mit Golem fast dicht ist. Also wenn der Nado schlecht wird, wird Golem tot sein. Wenn der Nado gut wird, kann Golem back sein. Nein, der He-Spritt war bad von mir. Der He-Spritt war bad. Der He-Spritt war noch schlechter von mir. Das habe ich gerade alles verkackt. Ich habe gerade den He-Spritt verkackt. Ich habe den Rage verkackt. Okay, egal. Alles gut, wir kriegen das hin. He-Spritt, bitte das Muskeltier. Danke. Perfekt. Ja, der He-Spritt war ja ultra scheiße. Holy shit war der scheiße. Ich habe immerhin verkackt da immer wieder seine Ritter. Was läuft, Junge? Was läuft? Oi, oi, oi. Ich bin gerade mit Sparky gegen so ein komisches Bait-Deck, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe gerade Probleme. Aber mal abwarten. Das kann auch noch richtig nice werden hier gleich. Jetzt sind Rage kommen. Ja, 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 Rage raus, der ist am Turm, der ist am Wurm, der ist im Wurm, der Mini-Picka. Ja, Junge, ich wusste, dass du das Game gewinnst, man. Sparky Rage ist einfach zu geil, Junge. Oh, das Rolls-Picka ist so geil. Mann, da habe ich gerade den Motivations-Boost gebraucht, dass Bixby im Call ist und ich mit dem Sieg flexen muss. Geil, Mann, das war nice. Wie läuft das insgesamt? Sehr gut. Also ich bin jetzt schon 100 Pokale mindestens hoch. Weiß nicht, ob mehr als 100 oder nur. Ne, 140, glaube ich. Das hat nur. Alter, Junge, ich bin im 27. Monat bei mir und du flex mit einem 12. Monat feier ich. Vielen Dank für den Reset im 12. Monat. Ist jetzt im 13. Kuss, geht raus. Du warst die Jürgen. Aber ich muss sagen, 27 ist meine Lieblingszahl und ich bin gerade am 27 bei dir. Das heißt, ich werde da wahrscheinlich nicht so schnell rauskommen, Kappa. Oh, witz, witz. Wohin, ich war halt voll so. Witz, witz. Ich bin im Dauer-Abo bei dir, Alter. Holy shit. So. Na, Abo-Falle nennt sich das. Mhm, nennt sich Abo-Falle. Du bist einfach geisterkrank. Du stehst morgen um 8 Uhr auf und machst Season-Ending. What the fuck. Und guckst Leuten zu. Ich würde niemals das Spiel machen, wo ich nur Leuten zugucke. Aber ich würde es saugeil machen, wenn ich es machen würde. Aber ich habe die Motivation dafür. Ich würde es niemals tun. Aber ich finde es saugeil, dass du das machst. Weil das ist die Chance, dass die Leute am Season-End den besten Spielern der Welt zugucken können. Und den besten deutschen Spielern. Die wissen gar nicht, wo sie das können. Die wissen nicht, wie sie es können, wie sie da rankommen. Oh, scheiße, der gefällt. So, und durch dich können die Leute das halt sehen, weißt du? Das ist saugeil. Ja. Ja, deswegen mache ich es. Denken wir, das ist eine nice Sache. Kommt, äh, was ist jetzt hier los? Genauso wie die Turniere. Diese Emote-Turniere. War auch saugeil, dass ihr das gemacht habt. Hätte ich nie gemacht. Weil ich die Turniere selber zu langweilig fand. Aber saugeil, dass ihr das gemacht habt. So, das ist halt, klar. Oh mein Gott, das war gerade echt saugeil. Und dann war es aber wieder shit. Das war lit und sein shit. Ich habe gerade wirklich, von der Interaktionsbasis her, eigentlich einen geilen Play gehabt. Und dann war es aber wieder weird und dann war es lit und dann war shit. So komisch. Boah, das war gut vom Cracker. Cracker, du Ehrenmann. Endlich mal guten Job. Oh, Junge, man geht das Spiel zu ein. Also, Junge, wenn du, wenn du denkst, du hast alles gesehen, dann kommt der Gegner und du hast nichts gesehen. Ich habe gerade eben gegen Pekka, Harry Potter, Nado, ähm, mit Sepp Ewos gegen gespielt, als ich Sparky hatte. Wie hoch bist du eigentlich gerade? 7, 4, 7, 5? 7, 3, irgendwas. Ja, okay, okay. Also du musst auch, du brauchst auch eine kranke Streak, um hochzukommen. Ja. Okay. Ja, dann mach das mal. Einfach so. Mach einfach mal. Ich bin gerade wieder dabei zu gewinnen. Sieht nice aus. Ich sehe mich schon am Flame, wenn ich in drei Spielen irgendwie so ein Luststück habe oder so. Ne, ich dich auch. Danke für die motivatierenden Worte. Motivatierenden? What the fuck? Okay, tu mir leid, das war weird. Ich weiß nicht, wo ich die Worte her habe. Ey! Okay, ist egal. Der Cracker gerade, den hättest du sehen müssen. Hättest du das gesehen, hättest du wirklich auch gedacht. Ich hab noch nicht alles gesehen. Ich gewinn das, glaube ich. Aber sowas von am Schneeke, Alter. Bro, ich hab einen Bomber, hallo. Ich hab einen Riesenskelett. Das kommt alles weg mit der Bombe. Er spielt einfach Baby Dragon, zwei Musketiere da rein. Hä, ist er lost? Und er spielt auf den Poison. Komplett bad. Hä? Komplett lost vom Gegner. Also ich muss sagen, das spielt scheiße, Junge. Da hast du jetzt selbst du gewonnen, als Greatman. Okay, das war ein Widerflop. Jetzt, jetzt musst du aber... Ja, es war ein Widerflop, es tut mir leid. Okay, ähm, du bist so gerade in-gang? Ja, ich bin scheiße. Du bist scheiße? Oh, das ist natürlich schwierig. Lennox Clash hat auch gewischt, hat zum 5. Mal zum 6. Monat mit. Vielen, vielen Dank. Kuss geht raus für den Spot. Ich spiele gegen so einen, also so ein absolutes Hessler. Ich kann es wirklich nicht vorstellen. Ich gucke dir zu. Er schreibt Flopsen immer weiter nach Brüssel ans Ziel. Ja, Brüssel. Ist doch in Deutschland, ist doch gar nicht so weit weg. Wo ist denn da der Weg zum Ziel? Ähm, Junge, okay. Okay, stopp. Du bist ja ganz doll weggetrüffelt, aber auf dieser anderen Basis. Junge, mein Gegner hat getrunken. Don't drink and drive. Ach, du scheiße, Junge. Ja, aber du hast doch jetzt eine gute Defense in der Doppel-LX-Time, oder? Ja, die Defense, aber guck doch mal, was ich jetzt schon... Das Damage was done, genau. Naja, stimmt. Ja, du musst den Poison bringen. Hast jetzt aber auch den Nade, aber du kriegst trotzdem kaum Damage, weil er es halt verteidigen kann. Das ist... Das war es komplett egal. Ich hasse es nicht. Also so ein... Ich spiele gegen so jemanden... Ja, 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 ich weiß. Weil wir da am liebsten pennen gehen. Ja, aber es ist halt so, weißt du, es ist halt so einer von 10.000 Leuten, die so auf deinen Pokalen sind. Einer spielt dieses Deck. Und du facet genau den, weißt du? Das ist so... Der Klassiker. Ich spiele gegen John. Ich spiele gegen John. Kennst du den zufällig? Einfach John aus... Ich habe mich aber gut betont, oder? Wir sind doch genauso ausgerufen. Du bist halb-Russe, oder? Ja. Ja, ja. Zählt halb... Ist man auch schon halb-Russe, wenn man drei Wörter kennt und das sind alles Beleidigungen? Ist das zählt das dann auch schon? Nee, dann ist man halb-Russe, aber voll dumm. Dann ist man voll dummer Russe. Ich glaube, ich gucke dir einfach zu. Ich glaube, ich schaue dir einfach zu. Guck mal, wenn ich jetzt eine Streak raushaue... Guck mal, ich haue safe eine Streak aus, wenn du mir zuschaust. Das Ding ist halt, wenn ich jetzt durchrasiere, dann stream ich halt for real durch, bis Dings. Junge, ich gewinne schon. Ich kann nicht... Also, es ist... Ich müsste so ein unendliches Stream-Fans, aber das Problem wäre aber, dass ich dann... Ich habe... Also, ich stream morgen von 8 bis 10, mach dann ein Video, stream dann um 17 Uhr und vermutlich auch bis 23 Uhr wieder so. Das ist halt... Ja. Und vor allem, wenn du... Selbst wenn du jetzt... Also, vor allem, du spielst ein defensives Deck. Das... Damit kann ich schon gar nicht 10 Stunden... Also, ich glaube, damit ist es noch frustrierender, dann irgendwie 10 Stunden am Stück zu tilten mäßig. So, weißt du, wenn du die ganze Zeit so spielst, versuchst hochzukommen. Wenn... Ich glaube, wenn du verschiedene, aggressivere Decks spielen würdest, würde es vielleicht von der Motivation her nur eher gehen. Aber von der Zeit her kannst du es sowieso nicht mehr bei dir. Es geht gar nicht mehr. Also, es ist so... Kaun, du müsstest halt auch so eine Ultra-Streak raushaue und das ist fast unmöglich gefühlt, weißt du. Okay, ich habe gerade so eine gute Situation. Holy shit, der zackt aber rein, man geht nach. Wirklich Hardcore. Ja, ich schau dir gleich zu, da sehe ich mich. Wenn ich jetzt gewinne, dann fehlen nur noch 260 Pokale zu 7,8. Und damit wäre ich Platz 180 oder so. What the fuck? Wieso bin ich so hoch? Also, ich habe ja nicht viel gespielt. Ich habe die letzten drei Tage nicht wirklich gespielt. Davor habe ich halt... Er gibt auf. Er gibt auf. Ja, ist vorbei. GG. Er hat aufgegeben. Alter, ich sehe mich da gerade. Holy shit. Und DeepTick hat Gerüste ab zum 10. Mal ist es im 11. Monat mitgesprungen. Vielen, vielen Dank. Kuski raus. Und Rule2-3 hat auch gespielt mitgesprungen. Vielen, vielen Dank für den Support. Alter, schon 19 Subs. Vielen Dank für den Support. Ihr seid krank. Vielen, vielen Dank. Pass auf. Mal echt. Wenn ich von einer Gartenhütte ins Haus renne oder laufe, nachts irgendwie so. Wenn ich mir was zu trinken würde oder so. Dann haben wir im Garten immer so Fußballtore. Dann gibt es da so einen Garten und so ein Hochbeet. Und zwischen dem Garten und dem Hochbeet ist immer Platz. Und dann gab es einen Tag vor ein paar Tagen, wo mein Dad und mein Bruder irgendwie im Garten Handball gespielt haben oder so einfach ein bisschen geworfen haben, whatever. Und dann haben sie das Tor komplett verstellt. Aber nicht so doll, wie sie es sonst machen, wenn sie Handball spielen. Weil normalerweise stehen sie es immer ganz nach hinten oder steht ganz vorne. Sie haben es so ein bisschen mittig gemacht. Und zufällig war auch noch der Stuhl, an dem Tag ist da noch ein Stuhl gewesen, den jemand anderes benutzt hat, der dann auch noch so ein bisschen näher hier dran stand in Richtung Hütte wie sonst. Und ich bin dann mit 500 kmh aus der Hütte gerannt. Zwischen Tor und Blumenbeet durch. Und dann war da noch dieser Stuhl und das Ding so erstellt. Und ich bin volle Kanne, also wirklich volle Kanne in diesen Stuhl gerannt. Also mit meinem schlechten Schienbein. 100% ich schwöre, ich habe noch nie... Mit meinem schlechten Schienbein oder mit deinem rechten? Mit meinem rechten. Ich schwöre dir... Was ist denn schlechtes Schienbein? Ich bin... Ich schwöre dir so hart, habe ich noch nie Schmerz verspürt in der Sekunde. Und ich habe komplett... Mein rechts komplettes Bein war aufgeratscht. Komplett voll geblutet. Und ich habe es aber nicht gemerkt, also dass es so doll war. In dem Moment, beziehungsweise danach. Ich dachte, das wäre halt recht doll gewesen, aber geht noch klar. Und dann habe ich irgendwie später auf meine Socke geguckt und die war komplett voll geblutet. Und in dem Moment habe ich realisiert, Bro, du hast verkackt. Aber das war es dann gar nicht. Du bist einfach voll den Stuhl gelaufen. Das war echt ein bisschen belastend. Das war einfach ein bisschen belastend. Aber, ey, das ist auch lustig. Nimm mal Rache für gestern. Ja, habe ich gerade vor. Das Problem ist nur gerade, ich brauche den nächsten Hunter. Und den habe ich noch nicht. Nein, hallo, nicht weg, da drückt dich doch... Ja, okay. Oh, alles. Was, der hat Ehringabe. Hä, voll gut. Hä, guck mal, wie gut die Defense war. Holy shit. Und wie hat er denn die Dingens getroffen? Jungs, ich rech, ich rech, Kutsch, ich rech uns für Kutschi Kuh. Ich rech uns an, ich rech... Was, okay. Ja, das ist mein Ding. Ich rech dich an, Kutschi Kuh und gerecht. Punkt, 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 Punkt. Das ist ein Bopper, ja, das war nicht so gut. Digga, ey, er fällt komplett rein, er strubbelt richtig doll. Gutschiku. Ich rech, Kutschi. Nur noch den ganzen Tag. Ja, ich glaube auch, Alter. Er hat noch kein Dings wieder im Cycle, deswegen kann ich Heel Golem... Ey, Heel Geist. Heel Golem, ah ja. Ja, okay, ich kann kein Deutsch, schau mal rein. Yes. Ich glaube, er will den Cycle in den nächsten Heel Golem, aber das kann er gar nicht. Hä, ich habe gewonnen, ich kann schon... Hä, ich kann Erdbeam zeigen, was macht er? Was für Hütte? Hä? Guckst du dir mal an jetzt, ich cycle for real, einfach... Ich cycle einfach nur. So geil, wenn du Top 10 auf neue bist, werden sie Fehler machen. Ja, wie schlecht, Alter, der spielt bei Team Keso, der suckt komplett rein. Guckst du dir doch mal an, ich habe... Ja, er kann doch... Er kann doch nicht bei 800 Schaden am Tower noch eine Hütte spielen, hä? Ja, den habe ich komplett weggekockt, Junge, und der ist einer der besten Spieler in der Liga, Junge, wie er es sagt. Also nur Frontend-Footje-Foot natürlich. WCF, Alter, was... Was ist das? Was für... Was für No-Tilt-Liege, Junge. Weiter geht's. Das ist einfach zu wild. So, nächstes Game. Das sagst du eigentlich zu der verschiedenen Dex-Taktik, so. Das mache ich ja sau oft irgendwie. Machst du es heute wieder? Naja, mache ich gerade. Oder hast du... Ich habe das gar nicht geschafft. Ja, war ja das erste Ding, oder das zweite, ja. Also ich mache das schon die ganze Zeit, und es klappt auch erstaunlich gut irgendwie. Also, ich kann halt erstens nicht gesniped werden, das ist geil schon mal, weil das passiert auch des Öfteren. Oder ist passiert. Dann kann ich nicht... Wie tanzen deine Decks aus? Ja, aber das raffen die nie, was mein nächstes Deck ist. Zweitens, wenn sie auf meinem Profil gucken... Ja, du hast schon recht. Wenn sie auf meinem Profil gucken, sehen sie mein Deck nicht, wenn sie zum Beispiel wieder gucken und so weiter. Drittens, ich habe mehr Motivation, weil ich es nicht so gerne mag, mit einem Deck ganz ob zu spielen, wenn ich nicht dieses eine perfekte Deck habe. Du hast ja zum Beispiel Gravert gerade, ich hatte früher Golem, das war das perfekte Deck, hab ich nur gespielt, aber das habe ich gerade nicht so und fühle ich nicht so. Deswegen, deswegen, ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie. Fühle, ich feiere euch nicht so. Ehe, die Musik bockt gerade. Ihr hört die wahrscheinlich so leise im Studio, deswegen war es gerade ultra cringe und ist so weird, aber ich habe die gerade richtig gefühlt. So, let's go. Wir spielen Goku22. Ich habe Sparky Rage, gib mal Tipps. Den habe ich, den habe ich in der Liste, den Kerl. Echt jetzt? Warte, ja. Hat mir Peter geklärt. Peter ist der absolute Ehrenmann. Hat mir so viele Friendless geklärt, das ist insane. Hat mir gefühlt die Hälfte der Top 100 Leute geklärt. Goku spielt Schreinerreiter, äh, 2.8. Mini-Packer, Muskeltieren, äh, Ice-Golem, Skelette, Beds, Erdbebenholz. KTG. Ha, hä, Lul, was ist das denn? Ja, let's go, Rage, da rein, ja. Okay, soll ich GG? Aber, warte mal. Ah, Sepp, hallo, ich habe es doch schon. Nein, ich habe, ich schwöre es dir, ich schwöre es, ich habe den Sepp bereit gehalten und weil ich mit dem Daumen auf den Beds war, habe ich die Beds zu spät gesehen. Hättest du früher gesappt, dann hätte ich jetzt noch einen Hit bekommen gehabt. Mann, Alter, egal, ist GG schon. Es ist nicht GG, aber es ist gut. Alter. Es ist sehr gut, das stört. Oh, lass mal, ja, ja, nee, ich habe mich erst zweimal verklickt. Nice, das war ich ganz viel schon zu spät. Ich habe den Swaki schon, ich wollte den in dem Moment hinten droppen, wo der Hawk kam. Ich habe mich einmal verklickt, noch ein zweites Mal verklickt, ähm, und dann kam er erst. Oh, Junge. Rage. Hä? Sepp. Ja, habe ich nicht rechtzeitig gehabt, ist kein Licks hier. Aber er hat auch keinen Hawk. Ich zapp trotzdem noch das Musketier. Wenn er jetzt einen Hawk hat, habe ich einen Minions. Ja, er hat Hawk. Er hat aber fünf Flix hier noch. Er spielt ihn auch direkt, weil er weiß, ich habe sonst gleich den Sparky. Es wird hoffentlich nur ein Hit. Wenn es zwei Hits werden, dann schreit. Ach, scheiße, Mann. Du hast nicht geschrien, das war ja gar nichts. Ja, ich wollte es trotzdem für den Flex das tun, okay? Lass mich. Okay, so. So, man muss jetzt hier, äh, aber es sieht saugut aus, weil, was will er jetzt tun? Hä? Hallo? Was zum Teufel? Wie hat er... Der holt schon deinen Tor. Holy shit, war das bad, Alter. Ich hätte das, ich hätte das Game so safe im Sack gehabt. Ich meine, ich werde es wahrscheinlich jetzt auch holen, aber es, das war dumm gerade von mir gespiss. Ich wäre einfach ein Rage drauf, du brauchst kein Hirn dafür. Ja, ich weiß. Es ist so dumm. Es ist saudumm, ne? Es schmerzt wirklich mir, es schmerzt einfach. Es schmerzt einfach zu sehen, wie man dadurch Trophäen gewinnen kann. Es ist wirklich ein Pain. Ja. True. Und vor allem... Jetzt, jetzt kommt sein Hock, komm, bitte. Oh, nee, komm, nüsse. Jetzt hat er, jetzt hat er so verloren, weil jetzt hat er keine Chance mehr. Weil jetzt kann er nichts machen, das ist zu 100% GG. Er kann nichts machen. Wenn er auf den King Tower geht, kann ich Goblin Giant den Minipacker kiten. Wenn er nichts macht, bilde ich einen großen Push und der... Er kann ihn nicht verteidigen. Es ist so unmöglich für den Gegner es zu verteidigen. Wirklich unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Es ist einfach nur so dumm. Es ist so dumm. Der Sparky ist dran, ist noch ein Hit. Nee. Oh, doch. Oh, Junge. Es schmerzt halt, dass man durch sowas gewinnt. Aber es ist halt so broken. Es ist so krank stark. Das ist insane. Alter, ich glaube, der Gegner hat keinen Bock mehr, wirklich. Der löscht das Spiel hier nach dem Gegner. Der ist todesauer. Ja. Der löscht das Spiel. Ich sag's nicht. Das ist so, das ist so stumpf. Das ist so stumpf. Du hast dein Gehirn, hat dich einmal anstrengen müssen. Nein. Komplett nicht. Das ist so, wenn du einfach mal ein Game gewinnen möchtest, ohne großen Krampf zu haben. Klar, das ist auch immer Matchup-abhängig. Klar, du kannst auch platformer werden. Ohne alles. Ohne alles. Ohne alles. Dann machst du einfach ein Match damit und hoffst, dass du ein okayes Matchup bist. Vielleicht zwei Games. Irgendwo zwischen 60. 60 könnte es reichen, glaube ich. Wenn du irgendwo 60 bist oder so. Also es ist wirklich so... Also das Ding ist, ich hab in der einen Season, ich hab ja die 1900 Season, da war ich irgendwie 22 um 3 Uhr nachts. Und da war die Season um 9 zu Ende, also noch 6 Stunden. Und dort, wer hat das geschrieben? Behren, der, glaube ich, geschrieben, es reicht hundertprozentig nicht für besser als Platz 40, weil damals war Platz 40 mein vorheriges Bestes. Und ich hab mir nicht geglaubt. Und auf einmal war ich, bin ich aufgewacht und war Platz 38 nach 4 Stunden. Ja, aber ich muss sagen, oben versteht es sich viel langsamer. Da kann es noch eher reichen als, äh... Hä? Und ich war auf 23, da hat man ja gar keinen Sinn. Dann müsste es bei mir noch schneller gehen. Nein, 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 ich meinte dich mit oben. Also du warst ja oben, du warst ja damals, du warst in der Season ja sau hoch. Und normalerweise verschiebt sich das da nicht so schnell. Aber in der Season war es anscheinend so, dass es sich schneller verschoben hat, weil die alle näher beieinander waren schon vorher. Normalerweise dauert es oben recht lange, bis sich das verschiebt. Okay, das war gerade sau wichtig, dass die Gards noch kamen. Wenn die Hütte da umgegangen wäre, hätte ich sau viel Damage kassiert. So kassiere ich fast gar nicht. Oh mein Gott, das waren... Das waren gerade ein paar Intaktsunen, die sau gut für dich ausgegangen sind. Echt? Drei Ligs hier? Ich weiß nicht, ob der Royal Giant gut war. Das Ding ist, ich glaube es ist okay, weil wir drei Hits kriegen. Ich glaube es ist doch, ich glaube es war gut. Das Ding ist, wir haben halt gerade unseren kompletten X4-Vorteil weggeworfen, aber dafür haben wir halt drei Hits bekommen. Ich glaube, das war worth. Wir spielen uns jetzt die Early Goblin, um noch ein paar Hits am Turm zu kriegen, weil wir wollen nachher ein bisschen Damage shippen. Doch, ich habe ihn verstanden. Ich glaube auch, dass wir das Game gewinnen, glaube ich. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, wir gewinnen es. Ja doch, der Final Cracker ist broken. Macht er gut, macht er gut, aber... Weißt du, warum ich mich richtig freue? Und? Was wirst du mal Rerap sagen? Sag mal Rerap. Wenn man das nächste Mal irgendwas mit SK ist. Ja man, for real. Auch mal einfach mit dir, Morten, Sam und so einfach chillig irgendein Event zu haben. Digga, hab ich so Bock drauf. For real. Ich vermisse das so hart, dass wir irgendwas haben. Ich finde es so schade mit den Events. Oh mein Gott war das juicy gerade. Du hast ihn so gepasst. Holy Schuss. Er wird so hart deinstallieren gehen. Oh mein Gott. Fack hier, Junge. Holy Shit. Ja, wir müssen ja noch zur Lok sagen. Ich habe eh gewonnen, cool. Ja okay, krass, Alter. Das hat ihn gerade echt hart genommen. Holy Shit, war der Lok richtig nice. Hat das echt. Aber ich vermisse es auch hart. Solche Events mal irgendwie. Oder auch mit Karl in München und so. Das war auch ganz lustig. Also auch mit dir und Dings mit Sam. Das war... Ich muss sagen, ich vermisse einfach irgendwie so diese Events. True, finde ich auch. Junge, ich habe gerade eine 9er-Strick oder so. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, zehn. Zehn Spiele in Folge gewonnen. Zehn. Kannst du es fassen, dass es zehn mal eine Eins Bix sind? Ich habe zehn mal eine Eins in der Schule bekommen. Holy Shit. Oder zwei mal eine Fünf. Ja, oder zwei. Scheiße, bist du toxic, Junge. Okay. Ja, und wie viel mal eine Sechs? Ja, jetzt musst du rechnen. Warte. Einmal eine Sechs und einfach eine Piddle Cake. Ja, okay. Man könnte aber auch... Eins Komma... Sprachenlernen Bubble.